Hallo, wir sind das Jugendparlament Hilden und in diesem Video soll es um die Baumpflanzaktion der Stadt Hilden gehen. Hallo Leute, wir sind das Jugendparlament und wir sind hier in Hilden und haben mitbekommen, dass die Stadt Hilden heute neue Bäume in Hilden pflanzt. Und wir durften dabei sein und mitmachen und wir zeigen euch das Ganze jetzt. Zuallererst wird ein Loch gegraben. Dort kommt der Baum hinein. Der Baum ist in einem Sack verpackt und dieser Sack wird aufgeschnitten. Es werden Stützen rundherum um den Baum platziert und versenkt. Die Stützen werden nun verbunden und zurechtgesägt. Daraufhin wird der Baum in der Erde eingefasst. Die Stützen werden mit dem Baum verbunden. Die Stützen werden wieder zurechtgesägt. Und die wieder ausgegrabene Erde kommt zurück ins Loch. Nun steht ein neuer Hildener Baum. So, ich hoffe, euch hat das gefallen. Also ich fand es auf jeden Fall super interessant zu sehen, wie hier die Bäume gepflanzt werden. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann könnt ihr uns gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Und folgt uns auf Instagram, Facebook und YouTube. Wir heißen überall Jugendparlament Hilden. Tschüss! Tschüss! Tschüss!